hier genau und dann haben wir noch ein paar pflastersteine mitgenommen wunderschön sowie man das jetzt hier das richtig nicht weil ich sehe nicht wo du bist wird ja sagen was dort der eingang so viel hier wo du gerade stehst das ist ja alles aus stein ist aber doof irgendwie nicht das würde ich auch trotzdem lassen weil das dann hier zu baut wurden na ab hier naja da kann ja der rest weg naja hier so dass linke genau das stört ja alles weil so siehst man erstmal man reinkommen wenigstens nur eine höhle das alles weg und dann schauen wir mal wie es hier weitergeht ist ja wieder kies hachschön haben wir den ofen hier ne noch ne könnten wir uns aber hinsetzen das mache ich jetzt auch hältst du mich nicht davon ab kriegst du mich nicht weg haben wir kohle ja und dann brauche ich wieviel los dann haben wir noch auch ganz bissl das ist gut wir müssen eh noch ausleuchten hier aber erstmal brauche ich stein richtig stein richtig gebrannten stein ja den brenne ich gerade noch ach so denn ich mache jetzt hier erstmal steinstufen hin in der zeit bastelst mir was mal so wie man es wie man es annehmbar sich angucken könnte später so und hier machen wir einfach zu dann mit stein ja röchel weiter rum meine güte äh wer na du naja Tommy achso ich habe es nämlich gerade eine Störung ich habe es nicht gefunden ah jetzt wird es gerade Tag zack zack und zack zack und hier machen wir das genauso immer schön die Steine loswerden zack bumm klatsch weg bumm zack klatsch weg bumm zack klatsch weg angucken was hier noch weg kann hier und das hier jetzt müssten wir es haben ja so kann man das machen ich habe es nicht ich habe es kurz zu herum und zack diesen abbauen kann man aber setzen dann was kann man setzen steine und so kannst du keine steine setzen ich habe was abgebaut und dann wollte ich die steine wieder ansetzen aber na da wollte er nicht praktisch ja echt praktisch so dann nehmen wir den erdklumpen und hauen den kies mal weg und gucken mal man jetzt hier noch draus machen kann immer dieses rumgeforme ja schlimm schlimm so ja also ich kann sie hinein ja ich überlege ja 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 ich gesagt ach so ich hab eier verstanden naja jeder was er verstehen will es gibt keine steinstufen doch also nicht pure steinstufen gibt es nie ist mir ja neu äh eigentlich schon wahrscheinlich bräuchte ist ja bloß gerade falsch noch mehr was ist denn wer denn das für ein dreck weinig gibt es die tatsache die gibt es nie sicher ja ja voll sicher kann ich mir jetzt endlich nicht vorstellen ja ich habe es ja gerade versucht dann hast du ein bisschen falsch gebaut ich versuch gerade was anders aber das wird auch nicht gehen nö da braucht man trotzdem stein tja na gut dann gehört ja eh zur bar mindeste da kann man auch cobblestone nehmen als stufen das wird erst mal reichen 16 stück ganz komisch ja und wie ich weiß dann machen wir das hier oben auch einfach auskoppeln was das ist ja wahnsinn meine ideen schon wieder na ohja wieso machst das jetzt wieder zu ich hab da auskoppeln ja ja hier in koppeln erde das koppeln das koppeln koppeln sieht auch viel natürlicher aus ja na klar also hier kommt nur so einer hin eine stone treppe und hier hier würde ich fast schon wieder den hier machen kommen wir vielleicht so eine half slab sieht vielleicht nicht schlecht aus habe ich gerade ein paar einstecken aha hier hin wo ich jetzt stehe mal in probehalber und hier ja kann man so machen und hier könnte man das auch machen ne sind die zoos ne obwohl wenn ihr hier noch in hinsetzt wo hier davor noch wo denn hin hab ich doch gerade wo ich drauf gesprungen bin ach so ja müsste aber hier überall davor noch was kommen he es regnet auch doof es regnet ja und es gewittert mein gott hat man ja in den letzten taten nicht genügend nö nö ich würde ans deutschen war ja betroffen von dem wetter ja das kann sein aber was soll's sind wir halt durch hm da müssen wir eben durch ja leider es wird das wetter nicht bestimmen noch nicht die weltherrschaft ist nah da können wir hier auch in dingsbums setzen jetzt zeige ich ach doch hab ich mal hier auch noch so ne treppe setzen so ja jetzt kann man es so lassen denke ich schön jetzt Okay, so. Jo, den nur weg. Und wieder hin. Mach' mal so. Jo, ich tu jetzt jetzt halt die Steine aus. Los, jetzt wachse. Das Gras oder was? Ja, ja. Ja, das lässt sich schön in Zeit. Jetzt macht's mit Absicht. Ja, glaub ich nicht, wenn ich auch. Jetzt hast du ja schon wieder... Ach, die Fackeln. Na gut, die kann man ja so heißen lassen. So. Du möchtest jetzt hier rundherum Koppel machen, oder bloß... Ja, machst du. Na, würd ich sagen, oder? Dann ist er einheitlich drin. Na, fall' ich von der anderen Seite mal. Ich hör' auch schon wieder die Skelette tanzen. Ja, hier hinter ist halt gleich eine Höhle. Ah ja. Die haben wir ja einfach zugemauert haben. Ja, aber die haben wir ja nicht ausgeleuchtet. Also, wo ich grad war, war nicht ausgeleuchtet. Wie viele, die ich grad gesehen hab. Stimmbarei. Da, da haben wir einfach gefuscht. Da hast du einfach gefuscht, genau. Ne, wir. Ne. Ich weiß jegliche Schuld von mir. Wie immer, ja. Wat? Nein. 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 Niemals. Wolle ich nie tun. Nein. Ah, diese komischen Menschen, die eben was anhängen wollen. Ja, ein Anhänger. Ja, ein Anhänger. Soße? Soße. Soße. Soße, Hollandaise. Ha, oder Bechamel. Oder Bechamelsoße, ja. Gehört hat man's. Was der große Unterschied ist, weiß ich nicht. Gut vielleicht ein bisschen anders schmecken. Bin eigentlich eh nie so der Hollandaise-Fan, aber... Oh. Ne? Ne, nicht ganz so. Ich meine, das ist für mich, da könnt ihr einen Hutterklotz fressen, weißt du? Ach, soße, denn das ist lecker. Ne. Doch. Ja. Ne. Die könnte zwar noch ein bisschen grünlicher aussehen, aber... Uuuh. Ja. Oh. Was war denn das? Du hast eingeschlagen. Brennt das jetzt? Was? Hat's einschlagen, wenn's... Äh... Ein? Brennt jetzt hier um? Schlagende... Ich komm nie drauf. Ich lass es. Ich geb auf. Was? Dass du irgendwas mit dem Blitz eingeschlagen hast? Ne, ne, ne. So. Hätt mal das. Also, bei uns sieht's nicht so aus, als würde hier irgendwas brennen. Ja. Haben wir Glück gehört. Ja. Mhm. So, ey. Das ist ja aber auch nervig. Hier so dieser Streifen. Na, Jun, wo die Erde, wo die Erde ist, an der Bar, das wird dann später mal eine Beamer-Leinwand, da können wir dann Public Viewing und sowas machen. Hm. Ja. Na klar. Das heißt, die muss noch schwarz gemalt werden. Ja. Das ist schon besser. Oder weiß. So können wir's lassen. So. Was haben wir noch so zu tun? Wacht mir der hier. Ja. Ja.